Hallo und recht herzlich willkommen zu Seven Days to Die in der Alpha 13 6 mit der Hirnschutzcrew. Vor mir ist Minjas. Guten Tag. Und die Liebe von Serendipity. Hallo. Und der Jack Fleischheimer irgendwo da links oben. Wow. Boah, da sind die Brocken, die sind auf die Gas geflogen. TNT Hammer. Echt jetzt? Ja. TNT Hammer. Seht jemand? Wo denn? Nee, ich hab nicht fangen können. Das war zu schnell. Sehr, sehr nice. Okay, war nicht effektiv, oder? Steine kamen mal raus. Doch, doch. 50 Steine oder so. Oh, die Hälfte des Feldes fehlt. Oh. Komm, wir machen eine Mine. Komm, wir machen eine Mine. Sechs für die Rebellion, was du da hört. Für die Rebellion. Ich hab jetzt weggemacht. Aslan, wir gehen weiter. Schwierig wär's gewesen, wenn da riesen Stein auf dich noch gerollt wär. Genauso umgeklappt. Jacky schießt hoch und blum. Wo sind Jacky hin? Unterm Stein. So, wir haben 15.15 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wenn wir noch was entdecken wollen. Wer spielt denn hier mit Steinen? Jacky, er hoffst du mit den Clickers zu spielen. Dann komm. Guck mal. Ich mach da eins. Folgt der Axtspur. Folgt der Axtspur, dann kommst du direkt auf uns. So, da hinten seid ihr euch. Ich hör mal sowas klimpern. Ich dachte, das wären die Steine und Jacky. Ding, 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 ding. Meinst du, wir finden jetzt hier irgendwie mal ein Städtchen oder so? Er liegt, oder? Nee, er liegt nicht. Okay. Es wehrt sich noch. Yes. Jetzt liegt er. Da ist ein Huhn. Es lebt noch. Wie sie abging, da wegen Huhn. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt ist tot. Ich nehm's aus, Mama. Ja, nimm's aus. Siehren, du könntest dir jetzt auch langsam mal was anziehen. Warum? Nur so. Für mich irgendwie nötigt. Was zu tun, Jacky? Was zu tun, genau. Weiß nicht, was denn zu tun ist in diesen Momenten der Nötigung. Der Einsamkeit. Jacky? Ähm, Minas. Ähm, wo bist du? Ähm, nee, Serentipity. Ja. Was denn? Ähm, wer will noch Pfeile? Hier, warte. Chrysanthemum hier. Pfeile. Ah, hast du. Wer will noch? Nee, ich nicht. Ich hab, äh... Dein Tippity? Was denn? Ich hab noch Pfeile. Voll mit Pfeile. Ähm, ich hab 43, danke. Hat mir selber ausgeholfen. Auf euch Männer ist ja kein Verlass. Na, das würd ich so nicht sagen. Kann man ja schon fast behaupten. Jetzt auch Quatsch. Es sind keine roten Pflanzen einzelne, ne? Ähm, ich hab 166. Ich hab 35 Pflanzen. 166 rote Pflanzen. Nee, nicht bei den Äxten. Nee, komm her, dann hier. Hast du? Sag mir, dass du aufgenommen hast. Ja, ich hab die Pfeile aufgenommen, danke. Okay. Puh. Das ist bei dem Spiel wirklich schwierig geworden, weil sie immer so... die so ein Flumi wegmachen. Hast du mir auch Holz hingeschmissen? Nein. Hast du Holz versammelt oder was? Ich weiß es nicht, ob sich das geteilt hat oder... Keine Ahnung. Hier muss doch noch was weggehen von dem Weg. Das muss... Irgendwann muss doch noch was... Okay, oh Mann. Sollen wir den killen, den Bär? Wiss ich nicht, brauchen wir noch Animal Hight, oder? Brauchen wir auf jeden Fall, ja. Oh Gott. Animal Hight, ja, braucht man selbstverständlich. Brauchen wir immer. Ja, also komm, Bär. Gerade für Lederrüstung oder sowas. Wo ist er denn? Hier, rechts bei Pityplatsch. Bei mir? Mhm. Da ist er. Oh, ah, ich sehe ihn ja. Alles klar. Lock ihn an, wo dann? Lock ihn an, okay. Ich schieße noch die Kase auf die Straße am besten. Warte, cool. Okay, das interessiert ihn irgendwie nicht, ne? Dass da fünf Leute auf ihn schiebt. Drei. Ja, jetzt hier. Oh, ist der schnell. Alter. Mhm. 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 Warte, warte. Wie hat Soti? Er kommt zu mir. Lass ihn laufen erst mal. Hey, ich treffe mich. Äh, hallo? Ja, nicht so schnell, bin ich so weit weg. Es trifft ihn keiner mehr. Ruhig. Oh, oder? Scheiße, jetzt hier. Du wachst jetzt. Nein. Wir kappen, wir kappen, wir kappen. Er weiß immer noch nie, wo er ihn soll. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Gut. Ich glaube, ich habe ihn. Ich kappen. Lass ihn, lass ihn erst mal laufen. Ihr seid ja verrückt, Mann, seid ihr. Nein, wenn wir immer gleichzeitig schießen, ist es nicht so. Scheiße. Okay, jetzt müsst ihr ihn aber jetzt nochmal treffen. Gut. Okay, wo dann hatten. Ich habe ihn. Ja. Wir haben ihn tot gemacht. Er ist tot. Nehmen wir auseinander. Ich habe 54 Holzmesser. Oh, Jackie kann das doch machen. Lass doch, Jackie. Jeder. Schau mal hier. Sehr lippi, es wurde das Konventar voll. Sie müllte mich daneben. Sehr lippi, wer hat denn von Ex los? Ja, sammelt mal den ganzen Kram ein. Alles gut. Da fällt das Fleisch aus. Ja, ich habe hier auch 95 Echse in der Tasche. Okay. Alles gut. 96er Axt. Gleich bin ich bei 100. Beinefressen. Was denn? Wieso kannst du dir noch drei Echse herstellen? Das kann doch nicht sein, oder? Was fehlt mir denn? Ich habe hier einen Nagel übrigens. Ja, halten. Dann kannst du immer in eine halbe Kiste. Braucht man da nicht 10 Nägel für? Wir haben übrigens 17 nach 20. Müssen wir mal langsam Gas geben. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe ein bisschen... Was fehlt mir denn für Steinexte? Ich habe übrigens fürs Zurückrennen, habe ich dann Bier, gell? Also wenn wir zurückrennen müssen. Wer hat Steine? Äh, ich. Ich auch, 507. Okay, ich hätte gerne alle. Komm, Sandy, renn dir die Gasse hoch. Ja, ja, ich renne doch die Gasse hoch. Hast du jetzt 500 Pfeile, oder wie? Hast du mal ein paar Steine fallen? Danke. Wo sind denn ich meine Pfeile hin? Ich habe mir die Pfeile geteilt, jetzt habe ich... Na, egal. Hast du jetzt keine mehr? Hast du mir alle gegeben? Ich habe noch 90, aber ich dachte, ich hätte mehr. Boah, die Sonne geht unter, das ist gar nicht hübsch. Also es sieht hübsch aus, die Sonne, aber... Ich wollte gerade sagen, hübsch ist es schon. So, wieder so ein Huppeln. Ein Haus. Wir können überleben. Ja. Oh, zweimal. Guck mal, ein halb eingefallenes Haus. Oh, wie sieht denn das aus? Ist das gewollt? Die Zambi ist erstmal sporen lassen. Ist das gewollt, oder? Boah, das sieht ja richtig genial aus. Cool. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Ich könnte mich mal zur Tankstelle aufmachen. Macht ihr hier vielleicht... Ich komme zur Tankstelle. ...Scheinwerfer. Gehen wir jetzt auf die Tanke, oder gehen wir hier in das Haus, um überleben? Wir, Jack und ich gehen zur Tankstelle. Also wir nehmen das Haus, dann mache ich das fertig, das Haus. Genau. Die sogar anlockt die Promptüren. Das ist ja gut. Oh, das ist ein Laden hier. Das ist ein Laden. Ah. Also, da ist nicht wirklich was drin, aber wir haben jetzt zumindest vier. Und ich meine, das langt ja schon mal. Fertig. Das ist die Laube. Oh, was ist denn jetzt? Ich hänge. Wo denn? An der Tür. Es geht noch hoch, Minis. Cool. Hast du? Ja, ich mache es mal hier unten. Ja, ja. Ich habe es. Ich habe es hochgefunden. Leather, ich kann Leather. Hey, Leather. Leather. Oh mein Gott, es kann Leather. Endlich Leather. Ich ist Leather, wer kennt ihn nicht? Leider ist ein Tod. Oh, Trotz. Was machen wir hier mit Gascans? Mach schon mal die Tür vorne zu. Gascans mitnehmen. Na, eben 500 Gascans hier. Läuft. Na. Komm mal. So. Axt 100. Öffne. Axt 100. Axt 100. Hier ist eine Fensterkrumm drin. Das ist ja merkwürdig. Das müssen wir mal so lassen. Was ist da unten los? Wie viel Zombies hast du? Hier ist eine Tür. Die wollen hier rein. Okay. Aber ich mache jetzt einfach Woodframes davor. Hier ist auch ein Baum drin. Was macht der Baum hier? So, ich habe. Was hast du denn? Willst du tot machen? Ja, kriegen wir glaube ich hin. Ich habe Blitz. So, umgefallen. Nein, er kommt. Er kommt. Gut. Jetzt geht er. Bist du hinten rum drin? Ich schlag hinten rum die Tür ein. Bist du vorne rein? Nee, nee. Komm zu dir. Was ist denn das hier? Ach, kick mal. Eine Tools? Ja, war aber nichts drin. War leer. Oh, jetzt hat er mich. Ich will nicht. Was war das? Achso, Sie sind Liberty. Ich habe hier noch etwas für dich. Was denn? Kannst du dir eine schöne Pickaxe machen? Okay, er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Sicherheitsschuss. Okay. Ich setze das Woodframes dahinter. Ah ja, okay. Das ist Zeug am Boden. Da kannst du es nicht setzen. Kannst du? Oh, hier ist Kaffee drin. Sieben. Hast du noch Platz? Nee. Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe hier Cornseed. Willst du vielleicht den Cornseed hier lassen? Den Cornseed kannst du mir geben. Da habe ich. Achso. Ja. Okay. Und Kartoffeln zufällig auch? Kartoffeln habe ich nicht, aber Kartoffeln haben wir zu Hause eine. Die kannst du wegschmeißen. Okay. Was fallen lassen? Wie sieht es hier oben aus? Können wir noch weiter höher? Ja. Okay, alles klar. Habe ich. Warte mal, ich habe eine Dings. Lass mich hin. Dann nehme ich hier den Kaffee mit. Geil. Bin ich noch irgendwas? Jetzt aber bestimmt irgendwo nach oben. Das haben wir noch nicht. Oh, wie schwierig. Ja, es geht noch nach oben. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber erschreckt. Hier ist auch ein Resort übrigens noch. Okay. Okay, dann mache ich eine Hedge, oder? Ja, wir müssen eh die Nacht hierbleiben wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen hierbleiben. Ja, machen wir auch, ja. Craft doch noch schnell eine Hedge für den. Also hier gibt es nichts mehr, ne? Sehr gut. Das sieht sogar nicht mal so schlecht aus. Fast über die Kante rüber. Knochen. Ich entnehme mich mal ein bisschen hier. So. Wenn ihr zufällig ein... Oh, na toll. Was denn? Äh, wenn ihr zufällig ein, äh, Dings findet. Hier ist, hier ist... Ja. Ich hab, ähm... Ein See. Ich hab 27 Gläser in der Tasche, die gefüllt werden müssen. 28. Gucken wir auf die Map. Ne. Wir müssen mal ein bisschen Ausschau halten. Wir haben 20 Uhr übrigens. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch... Wir kommen zu euch. Wir haben safe. Wir haben auch einen safe bei uns. Also aus der Entfernung hier sehe ich jetzt nichts. Ich sehe einen Hirsch. Ne. Ich sehe nichts. Also jetzt hier von meinem Standpunkt aus sehe ich zumindest kein Wasser. Hier ist ein Hirsch im Vorgarten. Nee, ist ne Sau. Ja. Stimmt. War doch klar. Wodan ist doch bei dir. Oh. Der war gemein. Das ist echt nicht... Mann, ey. Ich hab mir das Bein gebrochen. Nein. Brauchst du Hilfe? Wodan, ich setze da unten nochmal ab. Ja. Gut. Ich mach mal ein paar Spikes. Warte mal. Hier ist noch Öl. Scheiß, was schmeiß ich denn jetzt weg? Mach zumindest mal die Fenster auch dicht. Dass man uns nicht sieht. Ja, ich geh nochmal aus. Leather Gloves Schematics. Kalte unter Umständen. Wir müssen hier wahrscheinlich... Ja gut, hier ist das ganze Dach offen. Das ist eigentlich egal, oder? Ich wollte da jetzt anfangen, zu nahen. Wood Frames rein, oder was? Soll ich dir welche da anziehen? Sie haben noch 23. Nee. Ja, gib mal. Dann mach ich die Ecke jetzt ein bisschen zu. Okay, ich komm wieder. So. So, das Ding. Hab ich. Danke. Auf die Däune. Gehst du noch eine Schmerze holen jetzt, ne? Auf dem Dach, oder so? Sirene, bitte. Nee, auf dem Dach ist nichts mehr. Da war ich gerade. Kann's nicht lassen. Kann's nicht lassen. 27 Spikes? Ja, das reicht. Brauchst du noch Spikes? Er hat hier noch draußen welche geparkt. Ich kann ja auch noch ein paar Spikes machen, wenn du willst. Ich hab über 1000 Holz in der Tasche. Es geht um das Setzen in einer Stunde. Darum geht's. Ach so. Ja, du musst einfach mal ein bisschen Mühe geben, wa? Ja, ich trenne dich mal an. Sieh ja nicht, ja. Weiß ja auch nie, was mit mir los ist. So. Immer Wind aus den Segeln nehmen. Bis am Einpass. Mach mal. Oh, Eisler? Wir können aufs Dach. Wir können aufs Dach, das ist gut. Ja. Hier können wir rein. Die mache ich nochmal an die Tür. Ei, ei, ei. So ein Mülleimer hat auch 250. Helf. 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 Helf, Helf? Das ist schon wieder die Hälfte, vor allem, dass das nicht so klar war. Kann ich denn hier keine Tür einsetzen? Hm. Okay, geht nicht. Okay. Komm halt die Ecken erst. Komm. So, die Fronttür können wir nicht zumachen, weil da ist eine Metalltür drin und das verstärkt. Sehr gut. Das nervt ein bisschen hier, aber was soll's. Innen ist noch nicht zu. Gut, also ihr könnt reinkommen. Okay. 21,49 würde ich mir jetzt auf den Blick machen. Ding, die Geschenke unterm Baum. Du hast noch nicht die Glöckchen geläutet. Ding, 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 ding. Könnt jetzt reinkommen. Oh, Geschenke. Wo können wir denn rein? Vor der Tür, vor der Tür. Okay. 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 Ich hab schon so ein bisschen Schitz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Weil hier wirklich ist. Wegen den Zombies. Echt jetzt so? Nein, das ist gar nicht. Bist du denn? Bist du wieder komplett woanders, oder? Ja. Nick, hast du gehört, wo ich bin, ne? Nein, nicht möglich. Direkt von der Tür. Okay. So. Wenn das nicht... Wenn das wieder frei nochmal ist. Das ist jetzt so witzig, endlich jetzt. Naja, gar nicht. Wollte es nicht sagen. Gelodet ist die Geschichte des Hauses schon, oder? Ja, alles gelodet. Wo ist ein Pity-Platsch? Oben. Na gut. Bin auf dem Dach. Ach. Na cool, hier mit dem... Wo bist du nur auf Start gekommen? Ah, hier ist ne Klappe, oder? Ich komm mal. Große Klappe, ich seh nix, hier ist so dunkel. Große Klappe, leider. Achso stimmt, ich hab ja den Helm auf. Haha. Ja. Wo? Klappe? Nebenswahr. Klappe zu und Action. Brauch ich meinen Helm hin, mein Helm ist weg. Ach, hier. Kaputt gegangen? Kaputt gegangen wahrscheinlich, ja. Fuck. Genau, hier geht's hoch. Hier. Komm, ich hab ne... Ich hab was Besseres. Pass mal hin. Gut. Haben wir hier irgendwie... Feuerchen oder so? Auf dem Dach noch nicht. Setz mal T an. Du kannst euch unten auch anmachen. Wir müssen hier aufs Dach. Das Dach wär so ne Fluchtmöglichkeit. So, aber wir haben ja schon nicht den Fluchtmöglichkeit. Naja, und du hast bestimmt, dass... Ich bin hier bei, also... Hat jemand zufällig... Hat jemand zufällig, äh... Antibiotika dabei? Ne. Außer, mal ganz gut. Ich hab vorher was genommen, bevor wir... Eine hätt ich gerne wieder. Okay, alles klar. Ich hab... Ich hab gedacht, dass du was willst. Bist du drin? Ja. Bin drin. Danke. Da war nur ein Buch drin. Wokomm ich das Antibiotikum wieder? Ja, aber ich leg's in den Kühlschrank. Sicherheitshalber. Ähm... Soll ich mal eben viel geben? Soll ich mal eben viel geben? Ne. Ich brauch gehen. Es gab drei. Ja. 35 Points. Auf dem Dach ist nix los. Hier passiert wieder nix, oder? Ne. Ne. Komisch. Haben sie den Quality Joe eigentlich nur schon, äh... Da könnte ich auch mal nachgucken nach Skills. Äh... Haben sie den gefixt? Weil... Früher könnte man, äh... Das ist schwer, was ich hier... So. Oh, das ist schlecht. Ach, das hat ja lang gebrannt. Hm? Ach, das hat sich ja gelaunt. Weiß meine alte Axt noch mit rein, oder? Passiert nix, oder? Hat meine letzte Folge eigentlich ein Codewort? Ja. 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 Aber die letzte... Die vorletzte nicht. Also die letzte. Die davor hatten wir eins. Okay. Das meine ich ja. Soll ich euch mal neue Äxte herstellen? Oh. Denn du würdest dich verbrennen gerade noch mal. So, hier ist 101. 101. Danke. Oh, schon orange. Schick. Kann ja mal ein paar Bögen machen. 101. Was ich meine in den Kühlschrank. Kannst ins Feuer packen, deine alte Axt. Den Kühlschrank ist aber besser als hellster länger. Ja. So ein kalter Stein. Noch eine 101. Wollen wir mal ein Fleisch hermachen? Ich hab noch drei Fleisch dabei. Hat jemand zufällig Eisen? Ne, oder so? Ne, leider nicht. Ich hab einen Forks Iron. Das bringt uns aber nicht weiter, ne? Ne. Was, äh, brauchen wir denn für einen Topf? Können wir es nicht am Stock kommen? Boiled können wir machen. Alles nicht besser. Wie heißt denn der Topf? Auf Englisch? Cooking Pot. Ach so, danke. Ist einer drin? Ist einer drin? Ist einer drin? Ach so. Ne, aber dann können wir nur Boiled Meat machen, ne? Na und? Ne, Charot können wir machen, oder? Ne, gar nicht. Doch. Geschmack. Moment, dass das Brennmaterial fehlt. Ja, aber Brennmaterial kann ich reinlegen. Ne, ich kann aber Holz reinlegen. Ich hab auch noch. Ich hab auch noch. Na gut. Mach mal Holz rein. Ey, schnauern. Mach mal Holz rein jetzt da. Ne, ne, mach ruhig aus. Menü. Ja. So. So. Soll ich absagen. Ja, ich mein, wir braten jetzt noch ein bisschen Fleisch. Ja, wird ja nicht viel mehr passieren, denke ich. Draußen ist es auch ziemlich ruhig. Also verabschiede ich mich. Verabscheue ich. Verabscheue mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar. Ich lese sie gerne. Und die anderen wahrscheinlich auch. Ja. Das ist Mutmaßung. Mutmaßung. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.